Guten Abend, guten Tag, gute Nacht. Hier ist das Zweikampfsofa. Wir spielen A Way Out mit mir der Snork und wir werden jetzt jemanden verprügeln, quälen und befragen. Ich sehe eine Brechstange, da hinten ist eine Lampe, natürlich ist die Pistole da, mit einer Geldbörse. Ich besteche ihn. Was ist das da? Das ist eine Nagelpistole. Schweißbrenner, das ist doch schon mal nett. Schweißbrenner ist doch schon mal nett. Wer sagt, dass er nur einen Schmerz ertragen kann? Okay. Ja, dann? Dann machen wir. Taka immer fällt. Ah, hier drin. Okay, jetzt darf ich mal. Achtung. Es ist echt das Übel. Daneben. Oh, nein, du kannst das nicht. Ich habe daneben gebeileid. Na, ich glaube, du machst das mit Absicht. Du bist ein Weichei. Okay, ich habe ja eine Brieftasche. Wir müssen alles ausprobieren, kann das sein? Hab die Brechstange. Ja. All right, guys. All right. All right, you win. I'll tell you what you want. Yeah? Start talking, then. All right, all right. Calm down, man. Calm down. Somewhere in Mexico. I don't know where exactly, but he's in Mexico. He's got a big mansion there. It's the truth. I swear. So that's where the rat is hiding, huh? Yeah, that's where he is. Don't tell him I told you. You don't tell me what to do. All right, all right. Calm down, man. See you later. Hey. Let's go. Guys, where are you going? Don't leave me here. You're crazy. Untie me. Guys, come back. Wir sind echt nett. War das das? Wir sind echt nett. Wir haben ihn nicht runtergeworfen, also. Nee, er lebt noch. Er hat dann seine Eier auch noch. Also, der ist alles da. Also, ach, ein Auto. Wo kommt der Grat her? Das ist doch eine Baustelle. Der liegt da rum. Der Schlüssel steckt, oder wie geht das jetzt? Der hat in der Bank gearbeitet? Ich habe einen Kontakt, der uns nach Mexiko fliegt. Das ist gut. Und ich habe eine Idee, wie die Räume zu bekommen. Aber wir brauchen Geld. Wir können nicht riskieren, einen Bank zu holen. Es gibt ein viel einfacher Platz, um die Bank zu holen. Wie was? Wie was? Zwei Banken. Ein Kinderspielplatz. Nein, keine Ahnung. So, wir sind echt nett. Ein Plumpsklub. Also, deswegen diese Flugszene immer. Wahrscheinlich sind wir immer kurz vor dem Land. Wir sind auf dem Weg zum Mexiko, zum Endfight, denke ich auch. Ja, genau. Wir müssen Geld holen. Das hier ist alles rückblende. Ja, wir müssen Geld holen und wir müssen... Der Klassiker, eine Tankstelle, echt jetzt. Ich kenne deine Entscheidung schon. Ja, aber so kommen wir nicht zusammen. Weil, wenn ich auf die Seite gehe, kommt kein Match zustande. Ich kann da nichts drücken. Wir müssten uns für was einigen. Aber wir haben ja vorhin deinen Weg genommen. Wir haben ja vorhin deinen Weg genommen. Jetzt haben wir mal meinen Weg. Ja, aber Vincent ist so ein Weichei. Das ist immer so... Das wird so ein weichgespülter Weg. Ja, keiner kommt zu Schadenweg. Genau. Ich verspreche dir, niemand wird verletzt. Oh Gott, hoffentlich ist das auch so. Oh, geil. Super. Wer ist hier? Tell me something I don't know. Maybe I can. I was at another station. About a mile back that way. It had much cheaper gas than this. Check it out. Are you serious? Yeah. Go on over there. They're much cheaper. Huh. Alright. Thanks buddy. I'll check it out. Have a good one. I'll send the equipment here. That's cool. Sure. Why are you asking? Because you look a little freaked out. I'm fine. Are you sure? Yeah. Just leave me alone. We have Kaugummi genommen, and you? Ugh. No thanks. Hey, I'm really thirsty. I'm a beer. Geil echt? Weißt du wie lange ich im Knast war? It's been too long. Warum kann ich die Angel benutzen? Das ist so ein Quatsch. Und ich stelle uns wieder rein. Wie geil. Oh, geil. Ah, ich hab das Telefon ausgeschaltet. Das ist ja sehr geil. Oh, wer ist er denn hier? Wir sollten mal die Leute aus dem Laden rausbekommen, glaube ich. Das ist viel besser. Hey, Mann. Wie geht's dir? Ich bin gut. Es ist nur, dass alles kostet einen Arm und einen Fuß in hier. Du weißt, ich denke, da ist eine Verkaufstelle auf der Straße. Viel cheaper. Oh, wirklich? Es gibt es? Ja, ja, ja. Es ist über 10 Minuten von hier. Es ist cool. Du stehst einfach den Weg nach dem Weg. Ah, das ist großartig. Danke für den Tipp. Der musst du mit den Leuten reden, weil ich hab mit dem da hinten versucht zu quatschen. Der wollte mit mir nicht so wirklich, der da. Woah, hey. Don't sneak up on me like that. Sorry. Äh, was hast du gewählt vorhin? Ich wollte sie nicht erstrecken. Ich wollte sie nicht erstrecken. Okay. Ja, sowas. Keine Ahnung. Ja, ja. Was hast du gefragt? Du siehst mich ein bisschen auf der Straße. Ich lasse dich allein. Okay. Danke. Na, ne. Den krieg ich auch nicht weg. Ja, dann starte ich mal. Ja, dann rede ich mal mit der netten Dame hier, oder? Ist die Tür da offen? Nope. Nope. Alright. Madame? Kann ich dir helfen mit etwas? Ich will dich verhaken. Ähm. Ich starte den Überfall. Du hast einen merkwürdigen Geschmack. Hey, Ma'am. Ich will nicht diese Beine benutzen. Also bitte öffne das Registrar für mich. Du wirst deine Zeit verhaken. Es ist kaum Geld drin. Kannst du dir den anderen mal angucken? Da ist ein Punkt vor dir. Öffne ihn bitte. Ein Punkt? Ja, da war ein Punkt genau da. Hier, schau. Da ist ein Safe in the back, ist nicht da? Nein, da ist nicht. Genau. Hände auf, Ma'am. Alle bleiben calm. Wir wollen niemanden verhaken. Wir wollen niemanden verhaken. Leo. Da ist ein Safe in the back. Wir sollten ihn verhaken. Dann check mal out. Jetzt kannst du die Tür aufmachen. Jawohl. Ich checke. Mach mal den Ober-Checker hier. Den Out-Checker. Oh nein! Let me go! Vincent! Get over here, man! Let him go! Ich hätte auch schießen können. Das ist ja sehr geil. Was für ein Ding? Ach ne, ne? Woher soll ich denn wissen... Wo der... Was... Was ist die... Was ist die... Die Kombination? Ich hab keine Ahnung. Ähm... Achso, ich muss vielleicht den Typ mal... Ich musste mal hier den... Der Typ ist... Ohnmächtig. Siehst du einen Zettel irgendwo da rumliegen oder irgendwas? Ja, ich schau gerade. Äh... Halt! Da ist eine Nummer an der Wand. Was war das? Wo? Ne. 250. Was ist denn das? Du drehst dich so schnell. Andere Richtung. Andere Richtung. Stop! Da! Pinata 2... Da! Das Schild neben dem Schrank. Da! 250. 250. Mal gucken, ob es das ist. Und jetzt? Ne. Kann ich nichts... Oh, hier ist einer abgehauen. Läuchten die Lampen mal anders? Ne. Also da passiert nichts. So krieg ich den Safe nie auf. Also... Ja. Ah, der ist abgehauener Typ. Scheiße. Was ist passiert? 1-3-7. 1-3-7. 2-3-7. 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 3-4-7. Ja, das war mal richtig... Das alte Radienst steigt zu lang, es wird immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und das Geile war, wir hätten den Typen irgendwie rausgeholen müssen. Oder ich hätte ihn irgendwie einschüchtern müssen mit der Knarre oder keine Ahnung. Dann hätte er die Bullen nicht geholt. Ja, kein Problem. Nur sicher, dass sie die Gute bringen, okay? Ja, ich weiß, was das ist. Entstanden? Okay, sehen Sie da. So, wir haben die Gute. Hast du diese Person? Ich mache das. Stopp, Worrying, Vincent. Es ist nicht gut für dein Herz. Mein Herz ist einfach gut. Ich möchte nur wissen, was wir mitbekommen sind. Relax, Mr. Paranoid. Ich trage sie, okay? Außerdem, sie hat mir einen. Jetzt gehen wir diese Gute. Wenn du so sagst. Du musst dich mehr relaxieren, okay? Der ist so ein Frittschlupfen, wie war ich da hin? Weil wir dann das Geld für Weiber ausgeben würden. Wir brauchen Waffen. Das ist doch fast genauso gut, oder? Mann. Sich mal so anstellen hier. Was ist das denn hier? Ja, Hauptsache Schlaghose, ne? Hey, Snooki. Jasmine. Leo. You good? I'm good. Who's this guy? Who's this guy? Don't worry, he's with me. Oh, he's with you? Yeah. I'm Vincent. Oh, hello, Vincent. How nice to meet you. You're a fucking idiot. What? Why don't you bring your whole family next time? I'm out. Hey, what's wrong with you? What's wrong with me? What the fuck is wrong with you? You think I'm vending ice cream here? Listen, I told you, I don't do business with strangers. And this guy, he looks like a stranger to me. Do you have a problem with me? Yeah, I got a problem with you. You have a problem with me? Äh. Leo geht dazwischen? Sollte ich dir helfen? Ich kenn sie doch schon. Sollte ich dir helfen. Das geht voll nach hinten los. Who the fuck is this guy? Whoa, 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 relax. Put the gun down. Jasmine, put the gun down. Come on. I told you, he's with me. Let's just do this, fast and easy. Besides, you owe me one, remember? Okay, but it's the last time. And then we're even. Genau. Mit so einer Hose. Cool. Ich nehm die Bazooka. Ja. Ich lieb Katlingern. Hier. This should be more than enough. Hurry up. Hurry up. Können wir was auswählen, oder kann ich alles nehmen? Oh, cool. Oh, nee, die wollte ich auch gerade nehmen. Oh. Lassen wir wieder und testen. Äh. Heut noch. Hello, baby. Aren't you badass? Ich hab ne coole Idee. Kann auf dich schließen. Ich werfe die, wach? Ich werfe das Ding. Los. Achtung. Seh ich das überhaupt? Wo sind wir bald? Oh, er war ja schwache Leistung, ey. Ah, nochmal. Los. Daneben. Ich seh überhaupt nicht, was du wirfst. Wo wirfst du denn das hin? Und? Wirf nochmal. Ich seh das nicht mal. Das wird hier nix mehr. Nee. Nix die M4. Okay, alles klar. Dann, ähm. Was haben wir denn hier noch? Äh, ein Karabiner. Was? Abrollen? Geil. Juhu. Äh, wie wähle ich denn die Waffen aus, Schatzi? Wie geht denn das? Hin und her scrollen? Ja, mache ich, aber passiert nix. Äh. Dann kannst du halt nix wählen, weil du ne Lusche bist. Du musst das nehmen, was dir angeboten wird. Das ist ja geil. Was nochmal? Ja, nehm ich einfach so, dass die... Das Ding ist sowieso... Die M14 ist cool. Ich werfe. Warte, 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 warte. Mach mal. Scheiße. Ja, getroffen. Ja, das... Wie will ich nach? Ach, so. Ach, so lege ich, ne. Abrollen? Wieso abrollen? Sch! Leise! Warum ist das Areal so groß? Das ist ja krass. Okay. Damit du einfach stundenlang rumlaufen kannst. Ich setz mich schon ins Auto. Lass uns gehen. Hö. Kann ich beide nehmen, sag mal? Ich will beide Waffen nehmen. Mano. Na gut. Du bist zu dick, du kommst nicht durch die Autos. Wo wir weiterfahren, glaube ich. Ich glaube nicht. Ich werde dir Schuhe zubinden hier. Die sind alle wieder aufgegangen. Die laufen hier, oder? Du mit deinen Schuhen. Ja, dann bis zum nächsten Mal bei... Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020